Das hier, Klimmbaum. Am 3. November 2012. Und mit Licht von hinten, sehen wir hier alles. Wir sind aufgeräumt hier. Aber hier haben wir nur 30 Bahnen. Luftscht nicht so schnell. Da haben wir letztens zwar einen Arsch gedreht, aber nicht hier. Wir haben neue Geräte jetzt. Der Gleis. Da hielt er etwas schnell, aber hier nicht. Was gibt es denn hier? Gremphau. Was ist neu? Länger nicht mehr hier gewesen. Hier Rasen gemäht, muss gewürdigt werden. Das hat er gemacht. Das hat er auch da. Hier auf dem blauen Schild geht eine weiße Mutter. Mit einem weißen Kind spazieren. Das ist auch hier. Auf der linke Seite ein kleines Kind mit einem Rasenflecker und schön langsam. Das ist gut. Das ist gut. Ich meine, der Spot das nicht. Das ist für eine etliche Gerbahn. Ne? Lass nicht daran variable Geschwindigkeit. Aber da macht man nichts. Und was macht man als Kind? Als Funktionäriger natürlich Vollgas. Und das war nichts für mich. Mein Gefühl zu schnell. Ja, was hier denn? Klimbau. Fahr mal sich alles. Herbst haben wir. Hier stehen noch zwei Autos worden. Ja, da sind wir hier alles. Jetzt kommt vielleicht auch noch was. Das Raum würdigen. Da hat sich hier den Kiriton drauf gesetzt. Die Verbundenheit. Demonstrieren. Der Christlichkeit. Das ist wohl auch gesucht. Der Poiziner muss da nicht. Das klingt mit Christen. Der hier kommt. Ich seh mal immer. Nachte. Ich bin aus Amerika. Wir müssen hier greifen. Nachtgefallen. Ich bin gerade rechts und links. Zuck einmal rüben. Und hier ist auch eine Platz, hier ist im Klebhaus geflogen. Aber auch hier. Ja, da werden auch Maultiere und Isel oder sowas, was das auch ist, Ponys, die werden hier aufgehalten. Ja, oben ist mit einer Erzeugung jeder Art hier im Bau. Dampel, Pferde, alles in die Wurst, da wird noch mehr Pferde. Das lohnt sich richtig. Das wär's dann auch. Und tschüss.